hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von miscreated und wie immer noch ist der gleiche typ immer noch da ja ja und zwar nicht wundern dass wir jetzt auf einmal weniger sachen haben diesen anderen server gedrängt von miscreated ja der andere server hat uns ja abgefuckt weil ja immer diese nachtszeiten da sind ja genau wenn wir spielen wir spielen ziemlich spät abends und ja die nachtszeiten die nerven übel wir wollen euch nicht hier so ein spiel repräsentieren was die ganze zeit dunkel ist was wirklich blöd ist und keinen bock auf 20 folgen lang nachts auf jeden du wollen wir dir erstmal den backpack den backpack holen der ist gar nicht so weit könnte auch sein dass der schon weg ist oder wollen wir mal hingehen der ist da vorne einfach über die brücke und dann glaube ich müssten wir schon fast da sein ok na da war ich vorhin hab geguckt so aber ich sehe gerade oh scheiße meine maske die back durch mein hut durch echt ja das finde ich nicht schön ich brauche was anderes ich hoffe in der aufnahme können wir auch mal was so wettermäßiges zeigen weißt du was ich mache so ein tornado oder was auch mir wird schon gewitter reichen ich erlebe meistens nur sonne da ist immer so ein bisschen aber am besten wäre ich schon so nachts gewitter also nachts hatten wir das nicht am e-field oh guck mal da die haben da voll die buden gebaut die tankstelle meinst du ja die tankstelle genau boah ich hätte gerade mega freeze ja das hat sie eben auch ich glaube weil er die karte lädt naja ich glaube das spiel hat halt noch seine bugs aber scheiß drauf so ich hoffe die da sind alle pennen gegangen da an der großen festung weil die sieht sehr groß aus die festung zumindestens von drei leuten gebaut oder so im hinterzimmer johnny da musst du mal gucken ja schon wieder bei mir auch war das denn hinten rechts oder was warte mal ich glaube sogar hier wait a minute hier ist das du oh scheiße der ist weg ja der ist weg man habe ich dir auch gesagt der ist wirklich weg gespawnt und dieses scheiß öl liegt hier noch aber hier ist ein helm motorcycle helm wer beräuscht nicht stehst nicht oder hier war oder hier war ein mensch und hat sich den geholt glaube ich mal ich hab jetzt irgendwas gefunden was ist das denn ein screech screech was ist das warte mal hier komm mal her das ist ein scheibenwischer entscheiden wir schalten das doch schwul komm mal her hier da habe ich gefunden gerade sonst ist hier nichts alter dass wir wieder zurückgehen zur stadt ok na wenigstens etwas gefunden oder ja bis hinter mir jo ich komme ich komme ich komme nach ich hoffe sultan aber sultan war somit klein häuser bestückt ja ich müsste was essen ich habe gar kein trinken sehe ich gerade egal ich würde ich werde schon was finden irgendwie wenn ich alt gedrückt halte zum drehen dann fließt es manchmal bei mir ok wie viel flüte folge ist das eigentlich schon die vierte ne ja vierte meine fresse ich habe zum ersten mal eine revolver in der hand ist der gut was meinst du also ich bin ich glaube ein head head auf jeden fall aber vorhin habe ich ein zombie gehabt ne musste ich zweimal head rein schießen bis er umgekippt ist ja ja stimmt vielleicht sind sie ja nicht so doll ne je nachdem was die finden wenn kopfbedeckung tragen bestimmt noch mal wieder so machen du richtig links oder andersrum ja ich gehe rechts ist monster wo ist er hier bei mir kommt er kommt zu dir warte ich helfe dir ich habe ich habe kein knife wo ist mein knife 2 ich wollte mein knife ziehen und das geht nicht jetzt erst wird zu spät ich wollte dir helfen so mal gucken hier ist im ersten haus schon mal unten nichts hier ist auch nichts nichts auch alles leer doch hier hinten ist was einmal thunfisch einmal whisky mini bottle bier getrunken ich weiß gar nicht ob das so gut ist dieses bier zu trinken aber ich hoffe dass eigentlich auch immer gut leer ich habe mir bis 96 hoch gemacht zu trinken so kommt black boots die nehme ich mal mit die sehen besser aus kommt hört sich immer gut an oder ist das 22er rounds zehn stück okay die können da nicht rein okay keine ahnung oh ich habe ein komm mal mein haus in das erste rechts auf der ersten in der ersten etage ist ein slowpack pascal in einem raum in dem schlafzimmer du in der ecke zwei etage ja weil ich habe noch ein police beten möchtest du den lieber haben eigentlich ist deine hatchet ja auch ganz gut ne ja klarzimmer wohnten da wo so ein bett steht ohne matratze aber warte ich komm mal mit hast du hast ihn gefunden ja ich meine hauptsache du hast einen rucksack weil ohne rucksack geht gar nichts aber ich sag mal unsere rucksäcke sind ziemlich scheiße oder kacke jetzt mehr so einer wie du in der letzten folge hattest ja auch fehlen was ist das die hand des bandana ich behalte erst mal noch das green trackpants so eine camo jeans wär immer geil nicht hat ich eben gehabt bin ich mal verreckt ach bitte bist verreckt okay kalle ich habe eine map das ist gut ich muss aber was wegschmeißen glaube ich es geht gar nicht hier gerade sehr slowpack ist dieses slowpack ist wirklich nicht das was man braucht oh gott man kann das doch kaum lesen wie soll ich denn die map lesen f1 drücken die map ist f1 ja ja geht trotzdem nicht alter ich kann die nicht lesen wieder bin ich blind ich hoffe die zuschauer sehen dass dass man das kaum lesen kann ich finde schade dass wenn man bandages aufnimmt und so dass er das nicht automatisch steckt muss man immer noch manuell betätigen ist halt thomas hat immer schwierigkeiten karten zu lesen ja ne bin ich so der karten leser outback hat was der bottle die brauche ich mal ist da was drinnen hier ist noch eine hatchet was meinst du soll ich mir jetzt noch ein zweiter das ist das denn get black duffel weg was ist das ein backpack große 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 die stimmt große setz sie mal auf ja schön so ein dickes hast du ein dickes ding ja das ist ich komme nicht über die zäune rüber die sind einfach zu hoch ich gehe weiter die andere straße lang ja ich bin auch rüber gegangen bleibt aber trotzdem auf der rechten seite dann ja ich bin auf der linken get peace get justa das werde ich mir mal gönnen das werde ich mir auch gönnen einfach zu viel fressen was ist das steel tube buds aha die sind sie sehen aus wie a pear brown steel prude construction box okay oh eine axt johnny okay nämlich über die mit war axe cutting wood and skulls skulls sind das nicht köpfe oder ja topköpfe so was ja ja ein schädel ne da steht nämlich gerade um köpfe und wood zu zu schlagen steht da mk so nix dickes hier dö 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 ich bin gespannt ob wir noch jemanden treffen hier in dem kleinen öltchen wir sind ja auch wir sind ja jetzt auf einem polnischen ja nicht mehr auf einem deutschen das heißt wir werden auch keine friendly leute mehr treffen bestimmt vorhin wollte einer eine sprite von mir haben wollte ich ihnen eine plebsi anbieten und die wollte ja nicht haben ganz schön komisch komische leute hier hab so ein sägeblatt gefunden können wir eh nicht gebrauchen ne ich denke nicht ne aber ich weiß auch nicht was man damit craften kann die hier unten ist meistens gar nix voll komisch hier ist auch nichts oh das haus hier ist verdächtig leer ha water bottle 22er rounds ok wir müssen auf jeden fall ne pistole finden mit 22er rounds du ich hab 22 schüsse dafür hier liegt aber auch gar nicht super ich hab so viel essen ne so was geht hier was geht hier was geht hier was geht hier was geht da ok ich bin mal jetzt rüber gegangen über die straße hier ist gerade ein anderes haus ja hast du dich doll verändert vom aussehen her nicht dass du dich erschrecke nö nö ok oh alles leer hier man hast du hier get wonderpads hab ich jetzt irgendwas weggeschmissen hör auf hin was denn ich hätte fast alle meine sachen weggeschmissen ja 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 nur weil ich meine pants gerade wechseln wollte die eine sieht so eingeschissen aus weißt wollte ich unbedingt wechseln so ist besser was man aber hier viel findet finde ich so diese bandages doch die findet man öfters sowas geht hier ich habe keine ahnung wo du bist wollen wir uns nachher einfach irgendwo wieder treffen ja bei der kirche oder so ich hoffe nur ich gehe nicht in die häuser wo du reingegangen bist nö ich bin immer auf der rechten straßenseite orientiert ich weiß ja nicht wie du das machst ich habe gerade kreuz und querscheiße gemacht ich habe gerade kreuz und querscheiße gemacht warte mal oh hier komme ich gar nicht durch das haben sie blöd verbarrikadille da ist der tisch umgeflogen und so schon krass hier ist noch ein survival knife das interessiert mich jetzt aber mal nicht auch nix was ist das fantastisch mk 22 gefunden was ist das lag das saw blade so in so einem regal ja ja scheiße ok dann bin ich wirklich bei dir in so nix reingegangen ich habe eine dreckspistole gefunden ähm wir müssen denn nachher mal gucken in welche dings in welche büschel also hier hat die munition mk 3 also drei striche punkt 22 ich habe 22er rounds ja ähm könnte das passen was meinst könnte könnte ne müssen gleich mal gucken desert bandana ist es nicht das gleiche was ich jetzt habe hunters bandana ja Leute wo ist der unterschied ist behindert ach ich nehme einfach meins scheiß auf diese deserts bandanas weißt du was ich mal finden möchte zum richtigen armee helmen oder ja immer bock drauf so richtig armee technisch mit armee weste und so weiter diese dings mag ich ja nicht diese motorrad helme oh gott hunting nice ne ne die magst du echt nicht die nimmst du nie die dinge ok johnny ich bin jetzt von mir aus auf der linken seite ich weiß nicht ob du diese diese häuser hier schon genommen hast ne immer wo ich hingegen bin ist meine richte seite gewesen ist aber auch nix doch da unten ist was whisky mini bottle nee danke tennisschuhe wie gesagt ich glaube wir müssten uns mal airfield hintrauen war aber jetzt brauchen wir schusswaffen ja wir haben ja jetzt eine schusswaffe bloß wo ich denn dann beide und dann auch noch genug schuss um jemanden zu killen ich weiß nicht bei mir ich bin auch nicht der trifft sicherste sag ich mal das sage ich ganz ehrlich ich weiß nicht ob bei mir vier schuss reichen weist wenn ich wirklich ich kenne mich ja ich bin ich spray auch gerne mal nachher verschieße ich da meine vier kugeln und der steht immer noch vor mir und haupt mich weg ist ja so könnte gut möglich sein endlich alter im kühlschrank voller joster so muss das sein obwohl ich wirklich zu viel platz habe zu wenig er viel zu wenig meinst du die spawnen regelmäßigen abständen oder einfach werden könnte sein weiß nicht ob man gewisse zeit wirst du ja nicht und weiß ich nicht keine ahnung kann ich nicht sagen das ist da hinten an der spielhof sie sind auch eigentlich viel besser aus ja aber wir hatten glück dass wir diesen summer sale bei steam hatten ja ich glaube sonst hätte ich mir das spiel auch nicht gekauft ich habe darauf hingewiesen ja du meintest du es cool und so da habe ich mir gedacht jo kauf ich mir war kein fehlkauf naja man sagt ja auch nicht so auf steam ja ich kaufe mir jetzt einfach mal so ein spiel der sagte sich das schon du bist nicht nur neu reichen oder so ich gehöre nicht dazu ganz ehrlich